WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Schon früher hatte ich Freude am Skifahren. Mit drei bin ich zum ersten Mal auf den Ski gestanden. Schon dann konnte man mich auch bremsen. Die erste Lokalkonkurrenz habe ich bei EU-Rennen als für die Kennenländer. Schon bald darauf bin ich bei Leakin-Punkter-Rennen am Start gestanden. Mittlerweile bin ich im nationalen Leistungszentrum, wo ich fahre gegen internationale Konkurrenz. Letztes Jahr habe ich mich bisher der grössten Sport durchgeführt. In der Juniore-Schweizermeisterschaft habe ich im Slalom die Goldmedaille dokumentiert. Im Rissslalom und in Kombination habe ich jeweils die röse Medaille gefunden. Der nächste Schritt für mich ist der Aufstieg ins 10-Kader von SwissKid. Dafür trainieren wir in meiner Ausbildung als Zimmermann. Im Winter sowie im Sommer sehr intensiv. Im Sommer steht vor allem das Kombi-Training im Vordergrund. Bereits im Juli stehe ich nicht zum ersten Mal wieder auf den Ski. Die Lager in Sassfé und Zermatt sowie die Reisen und die Übernachtungen im Winter sind sehr kostenlos. Dafür legt mein Lehrlings-Roll noch knapp nicht. Darum bin ich auf deine finanzielle Unterstützung angewiesen. Und jetzt ein grosses Merci an all die, die mich schon unterstützt haben, und an die, die es vielleicht noch werden.